Die feinsten Stoffe, direkt aus der Hauptstadt! Stimmt es, was man so hört? Ich könnte nicht mal ein Buttermann... Vielleicht macht sich Meister Lubor ja nur über mich lustig. Das würde ich ihm glatt zutrauen. Ich genauso. Oh, du bist doch Clive, oder? Tut mir leid, ich war in Gedanken woanders. Ich bin Sava, Meister Lubors unbegabtester Lehrling. Bald ehemaliger Lehrling, wenn ich seine Prüfung nicht bestehe. Die Leute kaufen Waffen schneller, als der Dornenkuss sie schmieden kann. Er will, dass ich ein Tranchiermesser fertige, das das Wesen von Dali-Mil verkörpert. Ich nehme an, du weißt auch nicht, wovon er redet, oder? Nein, leider nicht. Macht nichts. Dachte ich... Ich kann versuchen, dir zu helfen. Ich weiß, was im Dornenkuss los ist. Und dass Lubor alle fegen Hände braucht, dir... Da sage ich sicher nicht nein. Also, wo fangen wir an? Gute Frage. Und dann ist da ja auch noch dieses Rätsel... So wie ich das sehe, gibt es nur einen Weg, wie wir das Rätsel lösen. Indem wir Leute fragen, die Ahnung haben. Du hast recht. Hm, viele in Dali-Mil, die Metzgerin natürlich. Und auch jede... Sie haben sicher die eine oder andere... Ha! Das klingt... Ich rede mit... In Ordnung. Hoffentlich sagt jemand etwas... Das sieht Lubor ähnlich, eine Prüfung in ein Rätsel zu verwandeln. Ich fang besser an. Meine Teppiche! Wie aromatisch! Warmes Brot, frisch aus... Willkommen! Eine Antwort, wenn's recht ist. Was macht ein gutes Tranchiermesser aus? Bist du ein Schmied oder sowas? Sowas in der Art. In Ordnung. Ein Messer also. In erster Linie muss es scharf bleiben. Die meisten Messer kommen problemlos durch Fett, aber Sehnen machen billigen Stahl. Mit einer Klinge, die alles durchtrennt, was auf meinen Schlachtblock kommt. Ein Messer, das scharf bleibt. Teller und Töpfe! Meine ganze Existenz? All die Jahre harter Arbeit! Was ist denn los? Die Bäder sind geschuldet. Hätte ich es mir recht übert? Das kommt auf die Arbeit an. Es geht um die Rettung meiner Bäder. Das zweifellos findet sich die Ursache an der Quell, aber ich kann hier nicht weg. Ich hänge an diesen Bädern. Na gut. Ich seh mich mal dort um. Wunderbar. Verlasse den Markt über das Südto. Ohne die Bäder als ein. Mein Leben so... Hänge-Laternen! Ha! Sie haben das Tor geöffnet! Lubor hat sein Wort gehalten. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Hergestellt aus Robustem Stein! Kein anderes Brot ist so weich. Dieser Schmuck ist sehr begehrt. Sogar Lord Kupke hat mir... ...Stücke dieser Art in seiner Sammlung. Nach dir frage ich bald mal wieder. Wollen wir spielen, Süße. Tausend Gil für das bisschen Gieselkram? Was soll ich mit einem Träger, der nicht mal einen Krug Wasser zustande bringt? Weg mit dir! Kuckas, verdammte Schweinewanne. Ich brauche einen Schnaps. Erst trinkst du mich fast ins armen Haus. Stimmt es, was man so... Die feinsten Stoffe! Teller und Töpfe! Weihrauch, Wespenwachs... Wollt! Sogar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, das kann nicht sein. Ich habe... Nein. Uns ist was entgangen. Sicherlich etwas direkt vor unserer Nase. Du hast bestimmt recht. Ich muss langsam loslegen. Nein. Das würde Lubo nicht gefallen. Genau. Nur leider ist es entweder haltbar oder leicht. Das heißt, jemand wird immer enttäuscht sein. Kannst du sonst niemanden fragen? Eine Händlerin, die bei Meister Lubo... Ich wette, die kennt sich auch... Ich habe... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lebt wohl. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Ach, hab's noch geschafft. Was geht's, Lubor? Mir ist eingefallen, dass ich noch eine Frage hatte. Wohin seid ihr unterwegs? Nach Drachenfang. Ach, dachte ich's mir doch. Dann verrate ich euch etwas. In Drachenfang wimmelt es derzeit von Walut. Dalmekia und Walut sind verbündet. Und wie ihr jetzt wisst, arbeiten ihre... Aber keine Nation hat je einer fremden Armee erlaubt, mitten in ihrem heiligen... Zumindest nicht freiwillig. Und obendrein hat sich mein Mann im Inneren des Fangs seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich fürchte, es könnten noch... Wie immer also. Wenn ihr die Höhle des Löwen unbedingt betreten wollt, versprecht mir eins. Das... Einen Zit hab ich schon verloren. Ab dem zweiten wird man mich für nachlässig halten. Na dann bin ich beruhigt. Drachenfang soll... Nicht weit hinter diesen Quellen liegen. Dann wollen wir doch mal. Ein Stein sieht aus wie der andere. Aber das ist hoffentlich der Richtige. Na los, das Tor ist offen. Also können wir endlich weiter. Was sind das für Wesen? Was sind das für Wesen? Was sind das für Wesen? Das ist besser. Es wäre jetzt nicht heiß genug. Es wäre jetzt nicht heiß gewesen. Komm zu mir! Nein! Ein klein wenig Abkühlung. Jetzt ist das Wasser hoffentlich wieder angenehm. Ich gehe einfach nur um einen 1, 0. Wissen die Bandscheite? Wenn sie ein wenig Abkühlung schaff Rico ausführen, dann wird es ein wenig Abkühlung. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie du sie zur Strecke gebracht hast, doch ich kann es kaum glauben. Der Freund, ich bin nicht fasziniert. Ich bin nicht der Tatooie, aber ich bin nicht der Tatooie. Ich bin nicht der Tatooie, aber das ist so, was ich bin nicht. Den Rest laufe ich. Wir sollten langsam los. Haben wir genug Wasser? Endlich bekommen wir wieder genügend Kristall. Weihrauch, Wespenwachs, Kerzen. Da ist er. Der Retter. Gut, dass du noch mit jedem Moment wird das Wasser erträglicher. Freut mich zu hören. Nun brennt mir... Auf jeden Fall nichts, womit ich... Eine Aufregung. Eine, die ich einem Recken wie dir gern glaube. Kreaturen aus Fl- Aber von meinen Sorgen hast du... So, jetzt... Kein anderes Brot ist so weich... Ich wusste nicht, das reicht hoffentlich. Du bist eine Ruhe und die Hände also dann... Ein Messer geschmiedet aus den Felsen von Dali-Mehl. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe, ich komme wohl genau richtig. Entschuldigt, Meister Lubor. Dann wollen wir es uns mal ansehen. Doch zuerst. Sava, glaubst du, dass dieses Tranchiermesser der guten Leute von Dali-Mehl würdig ist? Ich... Glaube schon. Aber was denkt ihr? In der Tat. Was? Es ist scharf, ja. Aber wird bei täglichem Gebrauch nicht lange halten. Und es ist schwer. Zu schwer, finde ich. Es fällt nicht auf, wenn man es nur kurz hält. Aber verkaufe es einem Koch und du kannst dir was anhören. Hm, jemand scheint die Terrassen besucht zu haben. Der Kalkstein war schon ein guter Ansatz, zugegeben. Aber dennoch nicht ganz zufriedenstellend. Dabei war ich so sicher, dass das die Antwort war. Ich weiß nicht, wer dir diesen kleinen Trick gezeigt hat. Aber es zeigt auf jeden Fall Initiative. Nächste Frage. Was glaubst du, würde ich dafür verlangen, wenn ich es gemacht hätte? Wenn... Wenn... Ihr auch nur halb so lang dafür gebraucht hättet wie ich. Würde ich sagen, ihr nehmt einen... Stolzen Preis. Und wer könnte sich das leisten? Hm? Die Metzgerin? Der Jäger? In Dalimil wohnen einfache Händler. Keine reichen Leute. Die erste Regel in jedem Geschäft, Zawa? Jawohl, Meister. Das ist gerade so akzeptabel. Ich würde sagen, du kannst noch ein bisschen bleiben. Ab morgen wirst du einen eigenen Amboss haben. Wirklich? Ähm... Darf ich fragen, ähm... Was würdet ihr tun, wenn ihr den Auftrag hättet, ein Tranchiermesser zu schmieden? Ich würde fragen, für wen es ist. Das tue ich immer. Für einen Metzger sollte es lange scharf bleiben. Für einen Jäger so hart wie Titans Kopf sein. Für einen Koch federleicht. Und für einen Adligen würde es ein absolutes Vermögen. Gesprochen wie ein Wagen. Sieht aus, als dürfte man gratulieren. Das habe ich dir jetzt doch so viel zu Meister Lubors Rätsel, was? Das Wesen von Dalimil hatte nichts mit Kalkstein oder Irr... Das heißt, ich hab dich grundlos... Du hast bestanden. Und wenn es soweit ist, dann schmiede ich dir das... Meine Teppiche sind... warmes brot frisch aus dem ofen hergestellt aus tafelsäber hängelaternen halten wir sollten langsam los na los Ich bin ein bisschen zufrieden, aber ich bin ein bisschen zufrieden. Da sind wir. Drachenfang. Kupka versteckt sich dort drin. Und wo er ist, werden auch unzählige Wachen sein. Alle in Bereitschaft. Du wirst deinen Scharfsinn brauchen, und zwar nicht zu knapp. Sei vorsichtig. Natürlich, Onkel. Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Nach der Katastrophe am Phönix-Tor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz. Wie ein Feigling. Es tut mir leid. Onkel, bitte. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Du hingegen... Nein. Vergib mir, aber ich kann nicht. Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Für Freiheit. In der man in eigener Verantwortung lebt und stirbt. Ich wuchs in einem Land auf, in dem es Trägern besser ging als anderswo. Erst viel später erkannte ich, das war kein Zufall. Mein Vater war es, der für die Träger gekämpft hat. Du willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog. Sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz auf dich, mein Neffe. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Canva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Dir auch, Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich. Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und du natürlich auch, Torgal. Jetzt bist du an der Reihe, Kupka. Und du natürlich auch, Torgal. Ich bin froh, Torgal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Liebe, ich reiche dich. Geradeaus, Hugo. Du brauchst nur dem Licht zu folgen. Mythos ist hier? Sehr wohl, wie ihr befehlt. Ab hier werde ich alles übernehmen, oh Majestät. Oh. Ah! Orcs. Haben die Valuta sie hergebracht? Kämpfen die Orcs jetzt für die Valuta-Armee? Wie ist denn das passiert? Man hat uns entdeckt! Los, Tokay! Die ganze Miene ist voll von ihnen. Die ganze Miene ist voll von ihnen. Was? Ah! 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 Soviel zu Steinen in Wache! they'll make your Selita. Geht her! Untertitelung des ZDF, 2020 Bestien, ihr hättet im Arsch verbleiben sollen. Bestien, ihr hättet im Arsch verbleiben soll. Bestien, ihr hättet im Arsch verbleiben soll. Bestien, ihr hättet im Arsch verbleiben soll. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein Berg von einem Ork. Wie ist der bloß reingekommen? Das war's. 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 Er... scheint es. Das war's. 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 The Enterprise. Das war's. 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 Und los. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Dank. Das war's. 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 Und... das war's. 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 und... 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 Das war's. Das war's. Das war's. Und... zum... Und... ... und... ... und... 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 ... 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 ... und... ... ... und... ... und... ... und... ...... ... und... 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 ... ... und... ... und... ... und... ... und... ... ... und... ... ... und... ... und... ... ... und... ... ... und... ... ... ... und... ... ... ... und... ... ... und... ... ... und... ... ... und... ... ... ... und... ... ... und... ... ... ...... ... ... ... ... Das war's für heute. Ja! Ja! Das ist ein Kalender! Geht mich aus! Soll das. Hilf mir, großer! Ich bin Kalex. 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 Aber das waren Spenden. Natürlich waren sie da. Den Dank... Ach, na schön. Aber ich werde ihn verkaufen und nur... Ich bin Kalex. Ich bin Kalex. Ich bin Kalex. Ich bin Kalex. Aber das war der Sohn und das war... Das war der Sohn und das war Un... Hätte deine Familie nicht... Meine Familie. Das kleine Monster. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Und ich habe nicht verstanden, wie alle anderen... Zum Glück... Und er war an meiner Seite. Und er war an meiner Seite. Er hat er und er da. Er hatte schon immer die Gabe, die Welt zu durchschauen, unser Sid. Während wir einfach jede Lüge geschluckt haben, die uns aufgetischt wurde, hat er alles hinterfragt. Es war bestimmt nicht einfach, diese Last allein zu tragen. Hat ihn aber nicht abgehalten. Er hat immer fest an das geglaubt, was er für richtig hielt. Deshalb haben wir an ihn geglaubt. Geglaubt, dass er uns den Weg weist. Und ich habe mir geschworen, für immer dicht bei ihm zu bleiben. Damit ich ihn auffangen kann, falls er stolpert. Nicht mal das habe ich geschafft. Was soll's. Ignorier einfach mein dummes Gerede. Ach, das Zeug. Lass nur, ich räum's nachher weg. Das... Das ist Sitzhandschrift. Lieber Otto. Ich bin besoffen, aber du sollst wissen, das Versteck wäre erledigt, ohne dich. Du bist der Beste, Brombeer. Dieser Brief. Was ist damit? Sitz hat recht. Ohne dich werden wir verloren. Hätte er mir doch mal sagen können, dieser... Wenigstens... Einmal... Bevor. Aber... Warum auch? Ich... Hätte ihn doch... Sowieso... Nur wieder... Angeblufft. Und das stimmt nicht. Was ihr sagt. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das Versteck über Wasser hält. Das sind wir alle. Ich geb nur manchmal einen kleinen Schubs, wenn nötig. Und selbst das nur mit mäßigem Erfolg. Soll Gautier übernehmen? Ein paar Jahre werde ich das Ganze noch verkraften, glaube ich. Na, das will ich doch schwer hoffen, Otto. Warte noch kurz. Sitz hätte... Gewollt... Dass du ihn hast. Aber das... Der hier reicht mir völlig. Danke... Für die kleine Aufmunterung. Ich werd's wieder gut machen. Hast du schon. Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Echt? Das... Oh, hallo. Wie läuft die... Schon erlede. Ich werd verrückt. Du bist der Gräu... Also... Und das von dem Mann, der einen Hochexplos... Ach, das brauchst du nicht. Schließlich nützt der Alembik dem ganzen Versteck. Hab dich nicht. Lass mich doch mal deine Tasche anschauen. Was hast du denn vor... Nun, ich habe beim Testlauf eigentlich... Aber... Na gut. Ein Versuch ist es wert. Meine Rede. Warte einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Und? Die Tasche wirkt zumindest... Ja. Ist sie. Ich danke dir. Nein, nein. Ich... Für deinen Tag... Kurz gesagt... Ich bin gleich wieder da. 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 Was willst du? Was das? Ah, gut. Ihr beide war... Mollys Reste waren ihm also nicht mehr gut genug. Unser kleiner Torgal ist zum Feinschmecker geworden. Schon gut, schon gut, ich habe verstanden. Irgendwie treibe ich dir noch mehr von diesen Knochen auf. Ich habe etwas Vorrat mitgebracht. Das sollte eine Weile reichen. Darf ich das hier lassen? Das carne. Dr. Dam. etc. Und... Das ist die Lose. Untertitelung. BR 2018 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 Darfst du? Ausnahmsweise. Ach und, äh, richte Harpo meinen Dank aus. Elender Rechthaber. Ich wollte eh gleich zu ihm. Ich wollte eh gleich zu ihm. Untertitelung. BR 2018 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 ah klar und wie ist die ziemlich erfolgreich wie immer lag die mit euren vermutungen richtig sehr gut und ich soll euch von karon grüßen dank euch hat da fällt mir ein nach eurem letzten besuch habe ich über tor erinnert ihr euch an unser gespräch über jills rolle bei torgals verwandlung ihr sagt er dass sie seine kräfte genau das ich hielt es für plausibel doch der fenrier aus der legende diente einzig und allein schiva auch er verfügte wohl über beeindruckende kräfte und doch waren sie wohl etwas anderer natur als das was ihr bei torgals beobachtet habt was wollt ihr damit sagen dass torgals nicht nur mit einer esper resumiert sondern mit mehreren denkt doch er ist nicht nur jills gefährte treu begleitet er auch euch eurem bruder das heißt die nähe zu mehreren espern hatte folgen für torgals er hat sich auf sie eingestimmt und es wurden immer mehr dank der domini die ihr besiegt habt clive ich kann nur spekulieren wie all das torgals beeinflusst hat er war in letzter zeit das überrascht mich nicht vermutlich wird er noch wilder wir können von glück reden dass er unser verbündet wohlhabende adelige fallen auf es dürfte leicht sein diesen ignaz zu finden rachen fangen soll verschwunden sein stell dir nur das gerede vor denk an meinen ruh beruhigt euch lord ignaz ich bitte verzeihung darf ich kurz stören hinaus sofort ich bezahle für alle zimmer weil ich meine ruhe will ich bitte um entschuldigung erlaubt mir zu erklären seine gnaden steckt gerade in einer misslichen lage und ein freund von überraschungsbesuchen radim schmeiß diesen unverschämten fliege sofort wie ihr wünscht lord ignaz würdet ihr bitte mit mir ich hoffe ich habe dir keine arg wie ach nein nein dieses verhalten bin ich von man man hat ihnen seines gepäcks beraubt befand sich und es geht um ein einschneidiges schwert eine ihr kennt also die dann hole ich das gepäck was immer ihr verlangt danach möchte ich mit lord ignaz sprechen mehr wünscht weißt du zufällig mehr über die nicht viel früher oder dann versuche ich es ich rede in der zwischenzeit das weiß ich zu schätzen nicht doch das weiß ich bin 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Hey, wir haben es auch! Los Männer, schlitzen wir den Mist halt auf! Die Stimme, schlitzen wir den Mist halt auf! Geh! 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 Das muss Ignaz. Scheint alles noch. Also gut. Wie ich höre, warst du... Wie ist dein Name? Wyvern. Was für ein Famoser. Nun, Wyvern, ich stehe wohl... Radim sagte, dass du im Gegenzug nur wünschst... Ja, ein wenig... Du bist ein seltsamer Bursche, Wyvern. Wyvern interessiert sich für das einschneidige Schwert, das ihr vor kurzem von Charon erworben habt. Könnt ihr... Oh, ein wahrer Charon hat eine horrende Summe ver... Es wurde in weiter Ferne geschmiedet, auf einem Kontinent... Dort wird es nur von den Meistern der Schule einer wahrlich einzigartigen Schwertkunst verwendet. Sie vertreten die Ansicht, dass jeder Kampf durch einen einzelnen Hieb entschieden werden sollte. Jedes ihrer Schwerter wird für einen einzigen perfekten Hieb geschmiedet. Es ist unvergleichlich scharf, doch beim zweiten... Die Schönheit dieser Waffe liegt nicht zuletzt in... Aber wie kriegen sie die Klingen so scharf? Mit einem Wetzstein. Besser gesagt, einer ganzen Reihe Wetzsteine. Hunderte Steine, die immer feiner werden. Tausend Runden mit einem Stein, gefolgt von... Doch es ist der letzte Stein, der den Schwertern die legendäre Scher... Er besteht aus einem Mineral, das Invalister... Das ist das Geheimnis hinter dieser atemberaubenden Klinge. Doch mein kleiner Vortrag steht in keinem Verhältnis zum Dienst, den du mir erwiesen hast. Darum nimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist ein Exemplar eines solchen Wetzsteins, von dem ich gesprochen habe. Weitaus seltener als die Klinge selbst. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Vielen Dank. Ich unterbreche nur ungern, Milord, doch ich fürchte, dass es für uns an der Zeit... Oh, ich bin nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Kleinod, musst du wissen. Noch liege ich im Rennen vorn, doch... Heißt das, es gibt noch andere Sammler wie... Viel zu viele, dieser schreckliche Mann. Leb wohl, Wyver. Radim, genug getrun... Das sieht Onkel Byron ähnlich, so einen interessanten Rivalen zu finden. Gut. Gut. Ist das das Ding bei dem Haku, Mikko? Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerettet. Hier, bitte. Viel Glück da draußen, Sid. Da bin ich wieder. Und ich komme nicht. Hast du mir etwa das... Nein. Wie? Einen weg? Ja. Aber... Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so sch... All das für einen... In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem... Hast du recht. Aber... Ja, das könnte ich. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valister... Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das noch ein... Nein. Dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Aber die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den Gef... Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schneiden den richtigen... Verlass dich drauf, Clive. Die Fluchbrecher wird das sicher... Nur... Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Clive... Mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken freihaltet. Das werde ich ihm aus... Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber... Natürlich. Wie kann ich helfen? Und was darf sein? Du solltest eine Weile halten. Und womit soll ich das bitte machen? Und womit soll ich das bitte machen? Das ist noch was? Den Kristall hat er auch zerstört? Nicht im Ernst. Und womit soll ich das bitte machen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt eine Karawane, die verkehrt immer zwischen dem Dominium und den Bockladmärkten. Sie gehört zur Händler-Gilde. Also zeigt einfach Götz Händlerpass vor und sie wird euch mitnehmen. Sich der anzuschließen, ist sicherer, als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Karin. Und, äh, schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar. Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los, meine armen Finger! Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert. Oh, mh 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 m Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sollen den Wagen jetzt holen, aber er ist nirgends zu finden. Ich bin zwar kein erfahrener Kämpfer, aber das riecht mir doch verdächtig nach Banditen. Ich fürchte, mein Bruder hat recht. Und diese Lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der Lauer. Wir beide haben zwar schon einiges erlebt, aber ich bezweifle, dass wir einen solchen Hinterhalt überstehen würden. Du dagegen siehst aus wie jemand, der mit ein paar Strauchdieben locker fertig werden würde. Was sagst du? Hilfst du uns? Wahrscheinlich wirst du dich so oder so mit ihnen rumschlagen müssen. Tja, wenn ich ohnehin nicht um sie herumkomme? Man merkt sofort, da sitzt... Wir können uns wohl glücklich. Also dann. Besagter Händler hatte in Bocklet wohl große Geschäfte geplant und seinen Wagen deshalb komplett voll mit Waren gestopft. Und ich fürchte, wir kriegen den Rest unserer Bezahlung nur dann, wenn wir die Ware unversiert an ihn zurückgeben. Also pass auf, dass du da nicht alles kurz und klein schlägst, ja? Von mir aus. Solange ihr nicht erwartet, dass ich den Wagen danach für euch zum Markt ziehe. Nein, nein. Das mit dem Wagen machen wir dann schon. Kümmer du dich einfach um die Banditen und sag uns dann, wo genau wir ihn finden. Alles andere erledigen wir. Irgendwie merkwürdig, die beiden. Aber wenn es hier wirklich Banditen gibt, kümmere ich mich lieber um sie. Aufgewacht, Männer. Da sind die Gäste. Da sind die Gäste. Da sind die Gäste. Die werden erledigt. So, fehlt noch der Wagen. Das wird ein Albtraum, das alles hier wegzuschaffen. Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen, oder? Hat den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen. Da wird sich unser Händler aber freuen. Und wie wollt ihr die ganzen Sachen... Das kriegen wir schon hin. Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen. Hier. War schön mit dir. Nicht unhöflich werden, Bruder. Was, wenn wir ihn das nächste Mal wieder brauchen? War schön mit dir. die brücke sieht ziemlich alt aus hoffentlich bricht sie nicht zusammen die ruine sollte zumindest halten der weg geht auf der anderen seite weiter ja 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 Das ist also Zemeckis. Das Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert. Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, dann erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns zwei Flüche. Domini und Träger. Ehrlich gesagt, ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Esper ein Fluch sein sollen. Bei uns erbte der Dominus den Thron. Er wurde verehrt und nicht etwa verachtet. An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer, als wir jung waren. Die alten Legenden fand ich immer am besten. Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch. Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte. Vater, weil es gut für meine Bildung sei. Damals warst du ein Junge wie jeder andere. Sieh dir das an. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit, bis Bock lacht. Ab hier wird es sicher belebter. Also müssen wir vorsichtiger sein. Clive? Was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Der Bericht ist also wahr, Vater? Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier. Aber ja. Ab nun wird Olivier die Bürde der Neugeburt des Reichs auf sich nehmen. Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind. Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist. Vater, bitte. Ich bin nicht mehr der Jüngste. In unserem neuen Kaiserreich muss frisches Blut regieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein Sohn? Ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Grigors, Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion, und halte dich bereit. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sandbrek. Vater, ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat. Bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern. Und auch von Göttern. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin? Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann! Deine Dienste waren für Sandbrek stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein? Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr, vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden ist, Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen. Doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut? Die Bocklad-Märkte liegen im Norden. Wir folgen einfach der Küste. Die Flügel haben dich getragen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alright? Oh Gott! Es wird nicht leicht ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Ja. Jetzt wusste, wer die eigene Hauptstadt verloren hat. Wird er seinen neuen Sitz in die Chasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und Kampf erfahren. Aber auf dem Ende der Belagerung können wir schlecht fallen. Ja! 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 Sei vorsichtig. 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 Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fährt. Sei vorsichtig. 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 Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Und nach debischen Kindern. Und nach dem Grenzposten. Und nach dem Grenzposten. Tja. Braucht ihr eine Kutsche? Zehn Millionen für einen Zweispender ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh. Darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, äh. Die gehören zu mir. Das ist doch nicht zu fassen! Götz! Was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Karon hier. Erzähl schon. In was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach... ...ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen. Richtig? Also... Ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götts Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück? Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götts? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten, weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Clive. 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 hat sich auch am kragen dann hat sie dich wohl geschickt sie sagte du leitest die suche nach den dieben geht's voran also sie scheinen immer händler mit viel gepäck zu bestehlen macht das aufpassen schwerer und die opfer können sie nicht verfolgen falls sie aufliegen spielt aber auch keine rolle diese knirpse kennen hier wirklich jede ecke und sind immer sofort weg jetzt muss ein wahres bilderbuch opfer gewesen sein die fischhändlerin am tor versucht auch schon seit längerem diese kinder zu finden redet doch mal mit ihr danke machen wir diese qualität sucht ihr in die chasia vergeblich kommen doch mit mir ins dominium fisch gefällig wie wir es mit moment ihr kommt von eloise oder sie will dass wir ihr helfen euch helfen die diebe zu finden so ist das dann sag ich euch wohl besser was ich weiß ganz sicher ist das kein familienplan alle kinder die gesehen wurden waren schmutzig und trugen lumpen mit anderen worten straßen kinder davon haben wir hier viele etwa kriegsweisen einige vielleicht sicher habt ihr all die flüchtenden am tor gesehen sie alle hoffen auf einen neubeginn im kristall dominium manche nutzen jetzt auch diese gelegenheit um etwas unnötigen ballast abzuwerfen eine echte schande die hintermänner müssen sich den kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben hören wir uns um fangt am besten mit den kindern hier an die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun aber vielleicht wissen sie etwas dann versuchen wir es na gut dann fragen wir die kinder kann ja nicht so schwer sein nausarige säcke qualität sucht ihr in dich asia vergeblich hast du etwas zeit was willst du ich will wissen wer kinder wie dich zum taschendiebstahl anstiftet weiß nicht mich hat keiner gefragt was ist taschendiebstahl kriegt man dagegen nein man kriegt schwierigkeiten wenn dich jemand fragt sag einfach nein das beste geschirr und genutzt entschuldige darf ich dir eine frage stellen wenn es sein muss ich wollte nur wissen ob dich nicht vielleicht ein paar männer um etwas seltsames gebeten haben erwachsene wollen nichts von uns außer dass wir die klappe halten und uns wegscheren also rate mal was ich jetzt von dir will verzeih ich bin schon weg die karavane hält neben dem grenz posten entschuldige entschuldige was willst du ich 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 hab nichts für dich keine angst wir tun dir nicht weh wir haben nur eine frage worüber denn wir haben gehört dass ein paar böse menschen kinder wie dich dazu bringen reisende zu bestehlen wir müssen wissen wer das macht damit sie aufhören ich weiß nicht wirklich was darüber aber mein freund unser der meinte er hat arbeit was gefährlich ist klingt verdächtig wir müssen ihn selbst fragen wo könnte dein freund denn sein er ist oft bei den zelten vor dem markt das ist das hilft uns sehr darf sein kännchen schlagen spucke sein hält war sonderpreise die alles was hat was war es sie meinte wohl das flüchtlingslager hoffentlich finden wir ihn dort ich bin Ich bin hungrig. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Wirken sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen, ich bin weg. Honsa, wo willst du hin? Das ist also Honsa. Jill, pass auf die beiden hier auf, den hole ich mir. Mach das. Das kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Papa, ich bin hungrig. Kam hier ein Junge vorbei? Eben ist einer hinten ins Schokoburgehege gerannt, aber... Danke. Mist, gefangen. Keine Angst, Honsa. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Gil versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte sie eben ein anderer gemacht. Dafür gibt es immer irgendwen. Honsa. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du... Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Feiglinge! Ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel! Woher hast du es? Das ist... Doch, Theo! Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Das ist die Antwort! Das ist die Antwort! Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Bocklat ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honza ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Mein Händlerpass! So, wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklat. Alles klar. Alles klar. Und servus, das Lager. Keine Sorge. Sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab. Direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir's trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Letnikluft. Dann auf zur Letnikluft. Die Letnikluft liegt südlich von Bocklat. Das war's dann. Ohne Händlerpass. Die Letnikluft. Und los. Das ist dieser verdammte Drecksack, der uns hinterher geschnüffelt hat. Hättest dich raushalten sollen. Das waren sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Das war die Anführer. Das war die Anführer. Ich bin verletzt. Noch mehr Fußvolk. Jetzt weniger. Hat sich gelohnt heute, was? Ja. Ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine... An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Hey! Das ist der Kalos Bocklad. Auf geht's! Weizio! Die Anführer der Findlinge Die Anführer der Findlinge Das war's. Das war's. Ich kenne einige davon. Götz' Pass ist sicherlich auch mit ab. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach und, erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt. Mit Vergnügen. Pfleg, Ambrosia! Pfleg, Ambrosia! Zurück in den Stallmädchen. Hier gibt's keine Kristalle. Papa, ich bin hungrig. Das war's dann. Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, Eura findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ah, da ist er ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götz Pass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich hab' unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr, Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich versteh' nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der Roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebranntmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Was ist das? Elle hat Freunde in hohen Kreisen, ich hab Kameraden in... niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für... neun Millionen? Wir... fragen die Karawane. Wir fragen die Karawane. Schirr ist ja nicht, wie ihr seid. Wir fragen die Karawane. Okay. Ich habee einen Schiff herausgefunden. Aber wenn ich es nicht schenken kann, dann kann ich die Karawane verkleinern. Clive, bitte schön. Immer was zu tun, hm? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Das haben wir für dich bekommen, Sid. Komm bald wieder, dann hab ich vielleicht mehr. Den Kristall hat er auch zerstört? Ja, ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020